Hallöchen meine Freunde und herzlich Willkommen wieder zurück zu XCOM Enemy Horizon mit dem Mod Long War Season 3, jawohl. Jo, nach wie vor sind wir wunderbar pleite, was bedeutet, wir können einfach mal drauf loscannen und mal gucken, wann die Aliens wieder zuschlagen, vor allem wo sie wieder zuschlagen werden. Und sie schlagen zu, ist schön. Commander, wir haben mehrere Anzeige für Hilfe genommen. Abduktionen und Progresse sind auf dem Hologlobe markt. Aber ich werde trotzdem einen Sniper und einen Scout mitnehmen. Oder einen Infantristen. Denn ich möchte nichts riskieren, denn unsere Recruiten, die treffen einfach nichts. Oder wir nehmen einfach nur einen Sniper mit. Wie schon gesagt, wir müssen hier auch ein bisschen hochpushen. Komm, einen Scout nehmen wir noch mit, dann ist gut. Und den Rest füllen wir wie gewohnt mit Recruiten auf. Und wenn mir wieder nicht irgendetwas durch den Kopf geht, was heißt durch den Kopf gehen, also wenn ich es nicht wieder irgendwie verhaue, dann sollten da alle lebendig rauskommen. Komm, wir nehmen Sherry mit. Aber mit zwei Granaten kommst du mir nicht weit. Das ist mein bisschen richtiges Sprengstoff. Und dann kannst du von mir aus noch eine Flashbang mitschleppen. Medikit ist in Ordnung. Diese vier waren ja schon mal alle bei einer Mission. Von daher sollte ihre Ausrüstung soweit passen. Du tauschst mir eventuell mal deine Flashbang gegen einen Battlescanner aus. Den kann man ja auch benötigen, beziehungsweise gebrauchen. Sorry, Building in der Large Combat Zone. Okay. Solange jetzt nicht wieder die Tankstelle kommt, ist hier alles in Ordnung. Denn ein bisschen Abwechslung muss hier auch sein. Jo. Ah, das ist die Eistiele, okay. Natürlich. Ich habe einen Scout dabei, um gegebenenfalls Robotsches zu triggern. Und hoffentlich wird der Scout dann nicht trotzdem zusammengeschossen. Das kann ja trotzdem passieren. Ein Sniper, der von hinten ein bisschen aufräumt. Geh mal bitte hier hingucken. Okay. Das ist jetzt ein bisschen unvorteilhaft. Große Frage ist, wie kommen wir an das Vier ran? Du gehst mal bitte hier hin. Unser erster Sucher in dieser Kampagne. Das ist schön. Ich würde schon gerne den Simen da oben ausschalten, weil der kann uns große Probleme bereiten. Aber schauen wir erst mal, dass wir den Sucher ausschalten. 63 Prozent. Das wird ein Treffer. Aber kein tödlicher. Okay. Und ich weiß aktuell nicht, wen ich von meinen Leuten schon benutzt habe, beziehungsweise wer schon schießen dürfte. Beziehungsweise wer schon Erfahrung hat, Sherry hat definitiv noch keine Erfahrung. Okay. Du gehst mir mal. Hm. Hier hinten. Das war nicht so toll, aber okay. Diesen Spielzug muss ich jetzt lieben. So. Droigo. Du rate. Du holst dir erst mal den hier. Nee, nee. Lass dir ruhig Zeit. Keine Panik. Dann eben du. Alter, was macht denn die hier für ein Karsch? Okay, ich hebe mir meinen Sniper wieder oben auf. Na, endlich. Ihr Rekruten trifft ja wohl auch gar nichts. Oh, ich habe vergessen, dir ein falsches Gewirr mitzugeben. Ich meine ja ein anderes. Naja, ist in Ordnung. Ist absolut in Ordnung. Du hältst mir hier die Augen offen, falls er hier rüber rennt. Da wird jetzt auf jeden Fall etwas machen, was uns nicht gefällt. Naja, okay. Damit kann ich leben. Okay. Jetzt kannst du schießen, aber mit 65%. Das wird hoffentlich ein Treffer. Sehr gut. Na komm, Sherry. Haut halt nicht immer hin. So, wie gehen wir jetzt weiter vor, mal den Sin-Man ranzukommen? Ganze Deckung hier in dem Gebiet ist ja mehr oder weniger doof. Du kannst mir gerne hinten rumgehen. Da kannst du auch die Augen offen halten. Du kannst mir hier mal die Augen offen halten. An sich müsste ich da näher ran, aber ne, Höhenbonus und halbe Deckung, das wird definitiv nichts. Wir halten hier erstmal die Position. Und der trifft jetzt, oder? Nein, zum Glück nicht. Wir lassen jetzt nochmal Sherry als erstes schießen. Vielleicht bekommt die so ihren Kill. Sehr schön. Geht doch. Du stehst jetzt hier ein bisschen unvorteilhaft. Wir machen eine kurze Nachladerunde. So viel Zeit muss sein. Du hast mir hier die Augen offen. Liebsten würde ich dich schon mal vorrücken lassen. Aber du gehst mir erstmal... Wobei... Ich weiß ja nicht, was hier ist. Und wie schnell du da überrannt wirst. Geh erstmal ein bisschen zurück. Und lad nach. Du lädst mir ebenfalls nach. Ach, guck mal, wer da kommt. Okay. Der Thin Man ist da erstmal weg. Kannst du einen von denen platt machen? Ach, halt. Das war ja das Problem. Jetzt kommst du da natürlich nicht mehr hin. Gut, halbe Deckung gegen die Sucher sollte ausreichend sein. Machen wir sie platt. Jawohl. Ein ganzer Schaden. So muss das laufen. Komm, 63%. Das haut wunderbar hin. Sehr schön. Alles Gebäude hättest du ruhig ganz lassen können. Geh mal bitte hier hin. Ach, du siehst das Meld da drin. Okay. Du hältst mir hier mal die Augen offen. Und du hältst mir hier die Augen offen. Du wechselst die Position und lädst nach. Ach, der Thin Man. Der macht jetzt nur noch Stress. Ne, der macht nur Overwatch. Ist gut. Oh, das war knapp. 95% oder 50%. Ich würde fast schon sagen, dass du auf den Thin Man ballerst. Du dann ebenfalls. Und du schießt jetzt erstmal auf... Das da, genau. Sehr schön. Wunderbar. So muss das laufen. 18% ist viel zu wenig. Gut, schieß mal bitte auf den Thin Man. Und bitte triff. Das ist nicht gut. Das große Problem ist, was wir jetzt haben, dass der Typ hier jetzt im Overwatch ist. Und ich meine, Scouts schon schiefen ablassen. Die Granate kommen hier nicht an den ran. Nicht mal in unseren künstlichen Träumen. 18% ist ein bisschen wenig für den Luck-Shot. Machen wir mal einen Overwatch, damit er sich nicht bewegt. Denn wenn wir abwarten müssen, dann warten wir eben ab. Wir sind jetzt anfällig für Spuck- und Schussattacken. Die Hälfte von uns steht halt nur in halber Deckung. Okay, der verzieht sich. Ne, hätte ja klappen können. Aber Rekruten, die treffen leider nicht so gerne beim Overwatch. Okay, der verschwindet. Ach, da ist noch ein Sucher. Was rennen die da für einen komischen Weg herum? Alter, werdet ihr denn bekloppt? Okay, dass wir die jetzt in der Flanke haben, das missfällt mir. Gut, da müssen wir uns jetzt mal neu formieren. Du wechselst mir mal nach vorne, damit du ein bisschen schießen kannst. Vielleicht bekommst du auch mal einen Kill. Oder du schießt Meilen und Meilen vom vorbei. Komm. Naja, haut halt nicht ganz hin. Wenn ich dich jetzt bewege, kannst du nicht mehr schießen. Das ist mir bewusst. Mal die Schanzen hier mal ein bisschen ausloten, 17%. Vergiss es. Da bleibst du bei deinem Snipergewehr. Und machst einfach mal steady weapon. Dann klappt das schon. Und du erledigst den bitte. Dankeschön. Da haben wir einen sehr engagierten Rekruten. Verschwindest da mal. Tu jetzt nicht weiter in die Augen offen. Du bitte ebenfalls. Okay. Der bewegt sich. Oh oh. Oh oh. Ach guck, der ist da. Immerhin vier Schaden gemacht. Aber es reicht nicht aus. Hm. Du könntest deinen ersten Kill bekommen. Die Frage ist nur, wo positionieren wir dich. Im Idealfall mal hier. So viel, du löst nirgendwo einen wartenden Overwatch aus. Das ist affirmativ. Bye bye. Sehr schön. Ach, du bist ja ein ganzer guter Scout. Hast bis jetzt noch gar nichts gescoutet. Aber das ist absolut in Ordnung. Lad mir bitte nach. Da stehst du ja halbwegs gut. Du lädst mir bitte auch mal nach. Du bitte auch. Du machst mir hier ein Overwatch. Und du passt bitte mit auf. Oh, das sind wir jetzt aufs Dach hoch. Oh oh. Wow, Glück gehabt. 45 Prozent. Die nochmal Steady Weapon machen sollen. Aber naja, das weiß man halt vorher nicht. Das wäre jetzt böse, hätte ich dich erwischen. Weil du wirst ja nach dieser Mission befördert. 38 Prozent. Komm, Feuer frei. Feuer frei. Jawohl, schöner Treffer. Und jetzt könntest du eventuell, wenn du jetzt triffst, den da abräumen. Bitte, bitte, bitte. Mach mich nicht unglücklich. Sehr schön. Alle Mission-Objektiven complete. Puh. Eine schöne Mission. 14 Minuten nach der Missionszeit. Ich glaube, da hängen wir noch eine Mission dran. Oder ich mach's anders. Ich mach jetzt einen Cut und heute kommen dann zwei Folgen. Wäre auch eine Möglichkeit. Könnte man sich das ein bisschen besser einteilen. Bin ich unentschlossen? Bin ich unentschlossen? Gerne noch ein Assault. So, Diogo. Okay. Und du? Wirst noch Infanterist. So, ich glaube, ich befördere einfach dich zum Rocket hier und ihn hier zum Gunner. Jo, mach mal so. Das passt dann schon so weit. Schön gut Beute gemacht. Ich hoffe, das Reit für unsere weiteren Forschungszwecke 80 Kronen verdient. Damit können wir definitiv arbeiten. Hm, hm, hm. Was will ich denn hier? Ich weiß es nicht. Elf Tage, dann ist die Xenobiology durch. Auf jeden Fall haben wir genug Aloys zusammen, um uns Rüstungen anzuschaffen. Facilities. Sobald der Generator hier fertig ist, dann sollten wir uns um Werkstätten und um Labore kümmern. Ich glaube, hier kommt unser Labortrakt hin. Hier bleibt der Werkstattrakt erhalten. Hört mich, kotzt es immer noch an, dass sich hier das Team versteckt hat. Ich hätte ja nichts dagegen gehabt, wenn eins hier und eins hier gewesen wäre. Oder beide hier. Oder beide hier. Dann hätte ich komplett anders hier rumgebaut. Aber es bietet sich einfach an, hier nochmal zwei Satellite ab links zu basteln. Alleine wegen dem Verbundbonus, ne? Bam, 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 bam. Im Hangar sieht es auch relativ gut aus. Und den Baracken, da muss ich jetzt nochmal ins Soldaten neu umfärben. Aber wisst ihr was, Freunde? Ich mache hier jetzt einen Cut, beende diese Folge hier. Und heute kommt danach, wenn ich es jetzt nicht irgendwie durcheinander gebracht habe, kommen heute auf jeden Fall zwei Folgen raus. Das ist doch auch ein Deal, oder? Ist ein bisschen kurzer, aber dafür gibt es dann halt noch eine Folge. Also dann, meine Freunde, bis zum nächsten Mal, beziehungsweise bis gleich. Ciao.